Du hast das vorhin einmal sehr schön gesungen und das hat uns allen sehr gut gefallen, deswegen würde ich... Ja, ich will... Ich hab ang... Lass ihr mich hängen, nee, ne? Nein! Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das Blut! Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das Blut! Jetzt Christoph Maria Herz! Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das Blut! Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das Blut! Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das Blut! Vielen Dank! Das hat fast gereicht, in einer Strophe reicht fast! Ja, unglaublich! Gerne! Respekt! Respekt. Ja, es ist auch für mich unfassbar, jetzt hier zu stehen und den Film mit euch auf der fettesten Leinwand Deutschlands zu gucken. Und auf jeden Fall aber in dem tollsten Kino Deutschlands. Und wir können das wirklich beurteilen mit dem geilsten Publikum Deutschlands. Das war jetzt hier, glaube ich kann man sagen, die Premiere der Herzen, die wir hier heute Abend erlebt haben. Hammer. Hammer. Das hast du noch nie gesagt. Nee, also in Güterskorb habe ich das nicht gesagt. Nein, aber ich habe ein bisschen Angst wegen diesem Knattern. Das klingt echt so, als wenn Aliens hier würden sich unsere gleich bemächtigen. Ja, irgendjemand hat uns gesagt, dass wir... Boah. Ich hätte diese Chili con carne, hätte ich nicht essen sollen. Irgendjemand hat Geburtstag uns gesagt. Ist immer das? Ist genauso schlecht wie meins. Aber das knackt ja nicht deswegen, weil ich eins spreche, sondern weil wir hier alle irgendwie eins in der Hand haben. Hat jemand Geburtstag? Alle. Nee, ist klar. Irgendjemand... Mal Hand hoch einfach. Wir haben auch nichts Schlimmes vor, im Gegenteil. Der kriegt was von uns. Drei, drei, hoch. Nicht. Okay, wie hieß der... Hast du Geburtstag? Also heute? Wie alt bist du geworden? So alt bist du. 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 So alt bist du.